Salli hier bei JogTV, ich bin eure Stella Koffer und die heutige Dame ist die schnellste Frau der Schweiz. Sie war einst ambitionierte Springreiterin. Ihr Dragstar schaffte es von 0 auf 100 in nur 0,6 Sekunden. Und hier kommt jetzt für euch India Erbacher mit einem Blondinwitz. Herzlich Willkommen bei JogTV, ich bin India Erbacher, Top Fuel Dragster Fahrerin von einem 10'000 PS Top Fuel Dragster. Und ich erzähle euch heute einen Witz von JogTV. Eine Blondine ist am Autofahren und rammt aus Versehen einen anderen Autofahrer. Der andere Autofahrer fragt sie natürlich, hey die dumme Kuh, hast du eigentlich keinen Führerschein gemacht? Brandina sagt, ach du Arschloch und das bestimmt zehnmal mehr wie du.